So, eine Aufgabe, typische Aufgabe zur Lautstärkeformel. Also das ist hier so diese Formel. Da habe ich an der Stelle I ist so der Lärm in Watt pro Quadratmeter, wie ich ihn messen kann und L ist der Lärm, wie ich ihn fühle. Bei der Aufgabe ist gegeben, also bei einem bestimmten Lärm habe ich 60 Dezibel. Was ist, wenn ich den Lärm verdopple? Wie viel Dezibel habe ich dann? Also I1, kenne ich jetzt nicht, aber I1 liefert 60 Dezibel. I2 ist doppelt so viel. Wie viel Dezibel liefert das? Und da gibt es eine elegante und weniger elegante Lösung. Also ich mache erst die elegante, also A, elegante Lösung und dann B, die nicht so elegante Lösung. Elegante Lösung ist, dass ich dieses 2I0 da oben einsetze. Also ich weiß ja, ich schreibe es erst einmal hin. Also 60 Dezibel gleich 10 mal 10er Lok, also I1 durch I0. Ich kenne I1 nicht, aber das ist Dezibel. Und jetzt L2 ist ja 10 mal 10er Lok, 2 mal I1 durch I0, Dezibel. Und an der Stelle kann ich jetzt die Logarithmusgesetze anwenden. L2 ist 10 mal 10er Lok, das ist ja 2 mal I1 durch I0, Dezibel. Okay. Und dieses Mal, das kann man dann, den Logarithmus kann man zerreißen, das sind diese Logarithmusgesetze und kann ein Plus daraus machen. Das heißt, L2 ist 10 mal 10er Lok, 2 plus 10 mal 10er Lok, I1 durch I0, genau, Dezibel. Machen wir Dezibel? Ja, hier. Dezibel. Da gehört auch noch Dezibel rein. Und nee, ich mache Dezibel am Schluss. Also ich mache hier so eine gedachte Klammer und dann kommt hinten die Dezibel raus. Gut. Und ich weiß ja, dass... Also das ist 60. Das heißt, das ist 60. Und das tippe ich in den Taschenrechner. Das ist ungefähr 3. Und dann ist die Antwort L2 gleich 63 Dezibel. Und das Interessante ist eben, die Lautstärke verdoppelt sich, aber der Lärm nimmt von 60 auf 63 Dezibel zu. Zwei Autos fühlen sich nicht doppelt so laut an wie ein Auto. Das ist hier, deswegen ist der Zusammenhang logarithmisch. Gut. Der Nachteil finde ich jetzt an dieser Lösung, an der eleganten Lösung, es ist so ein bisschen wie ein Zaubertrick. Wie komme ich denn da drauf? Also wenn das öfter drankommt, sollte man es so machen, weil es wirklich elegant ist. Man könnte ja versuchen, aber hier nach I1 aufzulösen und I1 zu berechnen und dann hier einzusetzen. Nicht ganz so schön, aber das müsste ja auch gehen. Vielleicht so das Anschauliche. Also ich habe 60 Dezibel gleich 10 mal 10er Lok I1 durch I0 in Dezibel. Wenn ich jetzt nach I1 auflösen möchte, mache ich zuerst natürlich, ja ich kann sogar typisch Mathe, also die Dezibel wegkürzen. Die brauche ich nicht. Und dann kann ich kürzen, dividiert durch 10. Ja, dann habe ich 6 ist 10er Lok I durch I1 durch I0. Um den 10er Lok loszuwerden, mache ich auf beiden Seiten 10 hoch. Ja, weil 10 hoch 10er Lok von 17 ist 17. 10 hoch 10er Lok, das fällt weg. Dann habe ich also an der 10 hoch 6, das ist die Million, 10 hoch 10er Lok fällt weg, I1 durch I0. Ja, und dann mal I0. I0 ist zwar die Konstante, aber die brauche ich jetzt gar nicht. Und dann weiß ich I1 gleich 10 hoch 6 mal I0. Also bei 60 Dezibel habe ich eine Million mal die Hörschwelle, also das, was ich gerade noch so höre, mal eine Million oder 60 Dezibel. Und I2 ist das Doppelte, 2 mal 10 hoch 6 mal I0. Und das setze ich jetzt in die Dezibelformel ein. L2 ist 10 mal 10er Lok. Also I2, ich mache es mal, I2 durch I0, so Dezibel. Und statt I2 setze ich eben ein, hier mal so, 2 mal 10 hoch 6, I0. Und das I0 kürzt sich. Und jetzt kann ich in den Taschenrechner eingeben, 10 mal 10er Lok, 2 Millionen. Und da kommt raus, ui, L2 gleich 63 Dezibel. Ich finde so die zweite Lösung eigentlich so, dass, wo man, ja, wenn man nicht sofort weiß, wie es geht, versucht man halt I1 auszurechnen. Also ich habe versucht, ich habe hier I1, da andersrum, blau, hier ist I1. Also I1 will ich ausrechnen, bekomme raus, I1 ist 60, eine Million mal I0 und setze das ein. Genau, aber eleganter ist natürlich die Logarithmusgeschichten zu benutzen.